Ja, hier ist wieder EIKE TV mit EIKE ON TOUR aus der Murmeltierzone in Lichtenstein. Wir sind jetzt auf 1800 Meter Höhe und hier ist, wie ihr sehen könnt, noch mehr Schnee. Und warum zeigen wir das? Es ist dieses Jahr in den Alpen so viel Schnee gefallen wie noch nie. Und es wird kaum darüber berichtet, dass die Leute hier immer noch den Schnee wegräumen müssen. Wir haben jetzt den 18. Mai und wir waren ja hier genau im letzten Jahr und da waren hier schon grüne Wiesen. Und man hat schon die Kühe rausgeholt. Und schaut euch an, wie es heute aussieht. Im letzten Jahr sind wir ganz locker auf den Berg hinter mir gestiegen, 2000 und noch ein paar Meter. Das ist gar nicht denkbar in diesem Jahr, weil so viel Schnee liegt. Und das wird auch noch wochenlang dauern, ehe das alles weggetaut ist. Ja, jetzt gehen wir weiter. Vielleicht machen wir noch ein paar Takes. Aber ich hoffe, ihr seid überzeugt, dass die weißen Winter keinesfalls der Vergangenheit angehören, wie es schon behauptet worden ist von den Experten.